Musik Als wir 2010 mit dem Vorstand das erste Mal über diese Idee des Geländes hier in Neubau gesprochen haben, gingen wir von jährlich ca. 170 Veranstaltungen aus. Im letzten Jahr, das war unser erstes Veranstaltungsjahr, hatten wir knapp 400 Veranstaltungen. Das alleine spricht eigentlich schon für den Erfolg von Audi in Neubau. Unsere Kunden können hier sehr gut das Thema Kundenbegeisterung erleben. Alleine in der Zufahrt dieses wunderschöne freistehende Gebäude zu sehen, das spricht schon für sich. Diese Kombination einmal als Kunde auf einer Dynamikfläche, die 30.000 Quadratmeter groß ist, wo Sie wirklich in einer sicheren Umgebung Grenzbereiche erleben können. Dann aber auch ein Offroad-Gelände mit verschiedensten Modulen, wo Sie auch wirklich erleben, was kann moderne Technik. Und dann, nicht zuletzt, der Handlingkurs, bis zu 3,4 Kilometer lang unterteilbar, um dort dann auch wirklich die neuesten R8 bis an die Grenze zu erleben. Das alles ist hier für Kunden tagtäglich möglich. Okay. Neben dem Kundengebäude haben wir vor allen Dingen dann erstmal Werkstattbereiche, wo die komplette Fahrzeug- und Materiallogistik der Driving Experience für alle 1.200 weltweiten Veranstaltungen gehandelt wird. Wir haben in Neuburg ein sehr anspruchsvolles Gelände und bewegen uns dort vor den Geschwindigkeiten im mittleren Geschwindigkeitsbereich. Wenn wir dann aber sagen, Gäste kommen mit uns auf die internationalen Bremsstrecken, wie zum Beispiel nach Barcelona, nach Spielberg, an den Lausitzring, an den Nürburgring oder nach Spar, dort ist es dann schon auch möglich, wirklich in den obersten Geschwindigkeitsbereich zu kommen. Und das sind eigentlich auch die Unterschiede zwischen Neuburg und den anderen Standorten, wo wir unsere Veranstaltungen machen. Der neue R8 ist wirklich eine Weiterentwicklung. Und zu erleben, wie dieses Fahrzeug auf Lenkmanöver reagiert, und das ist so der Einstieg in jeden Lehrgang. Nach diesem einführenden Programm geht es dann sofort in das permanente Fahren auf der Strecke, aber immer Instruktor im Führungsauto. Und der Instruktor sieht genau, wie schnell sind die Fahrer hinter ihm und kann dann entsprechend die Geschwindigkeit steigern und gibt auch permanent Anleitungen. Der Lausitzring als eine der modernsten Rennstrecken Europas. Und dort haben wir einfach immer ideale Voraussetzungen. Was wir dort immer ganz gerne machen, ist auch mal bei den Profis in einem sogenannten Renntaxi mitfahren zu dürfen. Neben den vielen Veranstaltungen, die wir mit unseren sportlichen Modellen anbieten, ist uns aber auch gerade das Fahrtraining im Winter eine Herzensangelegenheit, weil gerade auch mal einen Audi A4, einen S5 oder einen A8 mal zu erleben, wie ich so ein Auto auf Schnee und Eis bewegen muss, ist glaube ich auch für viele Kunden ein ganz interessantes Thema. Wir haben ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass dieses Gelände sehr, sehr offen gestaltet ist, also auch wirklich die Kunden alle Bereiche einsehen können. Und wir haben hier das Motorsport Kompetenzzentrum. Und diese Mischung selber, Fahrzeuge bis ans Limit ausprobieren zu können und gleichzeitig auch hier am Herzen von Audi Sport zu sein, das ist eine tolle Möglichkeit.